Ich glaube es kaum. Ich habe 100 Abonnenten geschafft. In fünf Jahren habe ich es nun endlich geschafft. Ganze 100 Abonnenten. Man glaubt es kaum. Was ist in fünf Jahren alles passiert? Vieles, vieles, viele Videos, viele Prickfilme in den letzten Jahren, Anfangszeit, dann viele Eisenbahnfilme. Was haben wir noch so alles gehabt? Wir hatten so einiges ab. Und als Dankeschön für 100 Aufrufe könnt ihr hier noch mal oder gibt es jetzt gleich noch mal einen kleinen kurzen Zusammenschnitt von den besten Videos. Und ja, was gibt es noch so alles? Und demnächst kommen auch wieder viele, viele neue Videos. Es sind vier Prickfilme in Arbeit. Der Steinereifilm für die zweite, ja, Steinereifilm für die Steinerei 2014 ist in Arbeit. Außerdem sind Unboxings in Planung. Ein Unboxing zu einem Samsung Drucker wurde zum Beispiel schon erstellt. Kommt auch demnächst. Und Gamescom Videos gibt es jetzt auch. Vielleicht gab es sie jetzt schon. Ich weiß nicht, wann die 100 Abonnenten genau haben. Und ich danke euch fürs Zuschauen und für die drei letzten fünf Jahre. Wenn es euch gefällt, dann abonniert uns, favorisiert uns. Wenn ihr noch mehr Lust habt, mich zu sehen oder mich zu hören, dann schaut auch mal auf Philips Film vorbei. Jetzt hier neben mir eingeblendet. Dort gibt es viele Let's Plays und demnächst könnte es sogar sein, dass nochmal ein neuer Kanal startet, wo ein bisschen Comedy-Videos und alles andere kommt. Aber ein Comedy-Video habe ich ja noch auf diesem Kanal. Das ist leider wirklich spart in Deutschland. Das gibt es auch demnächst in einem Re-Upload hier auf dem Schuhschneider. Ich danke euch und bleibt dran. Wir sind wie Panzer, Panzer, Panzer. Wir wissen, dass das Feuer breit brennt, breit brennt, breit brennt. Aber wir sind die ersten, die wieder rein, rein, wieder keine Eisgäu fliegen durch die Luft. Das hätte uns Gott Flügel geschenkt. Ihr steht auf Atem allein, ich kann euch gut verstehen. Also der Coole da ist schon ein bisschen dumm. Dieser Nerd hält mich wohl für dumm. Dabei bin ich das gar nicht. Ich bin der Cooeste hier. Mit meiner Brille. Ich habe gar nichts weiter gemacht und bin ich auf der Kamera drauf. Ich bin der Coole. Ich bin der Coole. Ich bin der Coole. Los geht's. Los geht's.